meine leute rechthals willkommen hier zurück zu minecraft ja genau tag es einfach nur tag nicht tag it live tag it classic oder sonst irgendwas wir starten hier mit dem projekt mit tag it einfach das ist jetzt die folge 3 ja ich habe angefangen dann kam der kollege wolfcraft jetzt hat er mir dann bald wieder zu mir zugespielt und ja ihr seht sind wir gerade hier schönen formen und ja wir brauchen viele materialien viele materialien deshalb haben wir gerade beide denke ich mal ne ja du formst auch vorteil wäre es wenn wir mal redstone finden würden dann könnte mir könnte ich mal also da ich war das damals schon mal gemacht habe eine schaltung bauen um unser weizen automatisch oder h exakt automatisch abzuformen da mir dann da man irgendwie hört sich das so richtig nah an immer und die zombies yellow ok was falsch weiß ich nicht wieso ich will gerade ein pferd selber und das rennt hier nur hin und her du brauchst du glaubst du sagst du so keine ahnung okay das mit dem fern ist halt erst auch später zu gekommen also wie gesagt normalerweise sitzt drauf dann wird er nicht runter und dann hochschuld da drauf so lange bis das ist das ist immer sagen was mich hat er anpasst hier gibt es ein ordes nennt sich yellow orid ja aber das sieht genau gleich aus wie das fucking gold das ist brutal aber zum glück steht es ja oben in der mitte dran ja trotzdem nehme ich es mit es ist ja bloß macht ja nur schade wenn das gebraten hast ja geschmolzen oder geschmolzen warum wir jetzt freunde oder nett das pferd will mit dir nicht befreundet sein ganz einfach ich habe jetzt noch mal ein level dazu bekommen wie nice wo bist du hässlich ich höre euch immer schreien aber ich sehe euch nicht was wo ist euer fucking problem ja ich bin in meiner höhle noch und klar ich weiß auch warum ich denn höre aber ich weiß auch warum ich den gehört habe aber er mir nichts getan hat weil er mit dem wasser weggespült wurde genau 90 meter von unserem hausweg und meine höhle ist 92 eingang ich weiß so ich habe nur zwei namensteck zwei bagger und siebe peitschen von ocean oil field bio ich habe silikon ich habe einfach effizienz drei buch gefunden auf was ich bin schon auf einer 18er höhe ne auf einer fucking 18er höhe ich habe gold gefunden ich habe gold echt hast du es goldohr goldohr jawohl ich habe goldohr ich habe goldohr gefunden jay 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 auf silikon finde ich hier unten quantum quantum das ist jetzt kind warum bist du wach da kann ein kind da kann ein kind jetzt nichts dafür fragt mich nicht mich fragt ein kind oder frag frage eine gewisse person die nicht anwesend ist deswegen sage ich ja alles gut wir fahren hier schön leistig weiter also falls ihr tipps hat für uns also für mich und wolf kraft mein kollege timo dann wäre es echt nice wenn das sind uns in die kommentare rein schreibt weil bei mir ist es halt echt so dass ich das game das erste mal ich spiele jetzt also take it also ich take it classic habe ich schon oft gespielt aber einfach nur take it ich habe diamant gefunden 1 2 3 4 5 6 7 8 diamanten hast du schon diamanten gefunden das ist gleich das triggert voll was da willst da willst du dir mann da willst du da andere kohle rein tue ich einfach auf das auf die schnelle art einfach mal so zack drüber rüber nein geht nicht nehmt den dann weissen du musst von hand oder also also alles klar dann gibt es so viele sache also jetzt habe ich diamant gefunden auf einer höhe von 14 und es geht nur eine runter nach bin ich auf einer dreizehner höhe müsste normal hier und diamanten finden ja gut ich bin gleich wieder da ich komme mich kurz an mein kind ok macht es ich will nicht ein zombie oder sowas sterbe alles gut ich bin gleich wieder da jo passt so haben wir mehr glück mit den diamanten oder war es das schon das frage ich mich mal hier jetzt machen wir hier einfach einen tunnel dann gehen wir hier auf strip mining auf jeden fall oh 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 saphir saphir quantum of quantum or quantum or eigentlich gibt man das hier so zock durch linie für linie in zwei blücken abstand aber ich ich bin natürlich wieder so ein mensch wo hier vorrennt die ganzen sachen jemand und du hast eisen gold aber ich verstehe das irgendwie nicht so wirklich warum man einfach nur diamanten davon hat ganz schön viel ist ja echt mega ist sie schon alles richtig gut hier wir müssen es mal langsam überlegen was für eine richtung wir gehen weil wir möchten ja schon automatisch das ist automatisieren ich kann mir vorstellen dass wir haben redstone 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 supergut ja wir müssen halt schon ein bisschen automatisieren also sprich mit mining turtle eventuell mit Okay. Ja, hier gibt es Diamanten. Logisch. Lass mich warten. Hier macht es gleich Flop. So, ein paar Diamanten wieder gefunden. Das ist mir hier auf einer Höhe von 12. Also 13, 12, 11. Soll es euch immer Diamanten geben. Hier ist es echt zu gefährlich. Den ganzen Lava. Das ist noch hier irgendwo reinfliegenden Lava. Das wäre jetzt gerade doof gewesen. Siehst du, was ich meine? So, was in die Richtung? Oh, fuck. Ja, okay. Also hier bin ich hergekommen. Hier, hier. Von da, genau. Oh, ein Riesengold vorkommen. Da kann ich hier. Ich würde mal sagen, wir bleiben auf der 13 und 12. über 13 und ungefähr und sammeln da einfach mal die guten Rohstoffe. Dann machen wir noch mal Kohle. Und dann müssen wir noch mal sagen. Und dann möchten wir noch einen Fall och ansteckern. Okay. Und dann müssen wir noch ein paarEM. wir sind jetzt 13 12 12 hier kommen wir hier einfach die zwölf und fräsen auf der zwölf höhe durch fertig einfach ende aus ende aus fertig maus zwölf höhe durch fräsen ausgang gibt es hier war so das gibt es hier nichts also eins von beiden beides kann nicht haben noch wieder ab und zu eine fackel dass wir auch wirklich was ziehen und essen essen brauchen wir auch mal hier geht es schon wieder redstone schon mal so dass wir jetzt um kriegen lapis drei verschiedene ärzte am stück auch nicht schlecht wir können auch gerne mal in die kommentare schreiben wenn ihr was man allgemein so verbessern kann also wir versuchen es hier hat einfach mal mit einem let's play aber ihr könnt uns gerne mehr tipps geben ihr könnt uns tricks geben sagen hey macht das mal besser macht es immer besser weil man lernt nie aus also wir sind auch nur menschen wir lernen gern dafür uns zu bessern und zu sehen was wir besser machen können damit es euch mehr spaß macht und wir dabei noch was lernen bei allem gerade zu bei allem gerade halt auch zu tagget weil tagget erfahrung habe ich wenig tagget classic habe ich ja schon öfters mal gezockt aber es hat halt auch wie nennt man es wie nennt man den modus es gibt doch es gibt doch es gibt doch mehrere modi die noch so weibungen achst du meinst du jetzt bei tech ach genau creative im creative modus ist das schon live oder was ja nein ich nehme auf warum soll ich live sein keine Ahnung könnte ja sein ich rede mit unseren zuschauern die müssen auch unterhalten werden oder nicht ich könnte jetzt fies sein aber ich lass es was du hast Zuschauer ich habe Zuschauer ich weiß ja auch wenn es nur ja auch wenn es nur eine person ist ja wie gesagt ich bin jetzt wieder da also mittlerweile kenne ich mein kind die polizei von den shopi trinken wir das halbwegs geschlafen ja es ist halt nicht einfach ja das ist schon hart aber da kann schon nichts dafür das ist ja deine noch frau die ist da ein bisschen naja ich müsste lachen wenn sie das video sieht ja weil die damen hatten ja auch schon öfters mal zugeguckt ne kannst du dich noch dran erinnern ja 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 da haben wir faktorio gespielt ich glaube das interessiert die mittlerweile ne strip mining zwei blöcke frei gib ihm aber wenn alles klappt und bei mir nichts am wocheende zu den füßen kommt bin ich am überlegen ob ich vielleicht am wocheende streame ja gut das kannst du das kannst du machen also ich weiß nicht was ich am wochenende machen werde ich werde mir die eier kraulen gehen wahrscheinlich ne keine ahnung ich weiß echt nicht was ich mache am wochenende ob ich meine freundin hol oder ob sie kommt oder wie auch immer weil die muss ja samstags muss sie arbeiten ja das ist kacke genau und ähm dann wissen wir halt noch nicht wie und was weil vermutlich fahr ich da hoch weil jan stiftet hat am samstag ein turnier und da gehe ich halt mit zugucken was ist denn für ein Turnier äh DART-Turnier der spielt DART ja mhm so jetzt komme ich schon mal nach Hause hier ach du ich war gerade zuhause ach du heilige scheiße ich bin so ach du heilige kacke ich verhungere bald holy shit was ja richtig holy shit alter ich verhungere grad farschen bin weiß gut wie weit weg von unserem Haus und muss den Eingang finden aus der Höhle raus ich muss gerade echt überlegen ob es bei Techit eigentlich auch Dungeons und sowas gibt ah ne glaub ich nicht das finde ich halt an Dings so geil an Hexen und sowas ja 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 ich hab Hunger ich hab Hunger ich hab Hunger ich verreck ich verreck schrei doch nicht so ich verreck ich sterbe hast dein Dings äh enabled wenn du tot bist dass dein Wegpunkt zeigt ach ne ach ne warte mal ich kann ja gar nicht sterben was ich flieg jetzt nochmal auf die Fresse da drüben bin ich durch da drüben bin ich durch ein halbes ein halbes Hort ein hartes halbes ein halbes Haxe 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 ein halbes Haxen klar mir hat nix zu essen nix zu essen doch ich hab zwölf Steeks Ohne Scheiß, wenn meine Tochter mal später so Alkohol trinkt, wie sie jetzt ihren Joppy trinkt, ach du Kacke, dann weiß ich ganz genau, dass sie irgendjemand anders anruft, damit man sie abholt. Ich würde sagen ganz einfach, man sieht es dann, dass es dein Kind ist, ja? Ja, die Klappe, ich weiß, wie meine Zeit da früher war, da bin ich manchmal nicht stolz drauf, wenn ich ehrlich bin. Oh ja. Aber man war auch mal jung und dumm. Was ist das Ferro's Ohr? Alter, Ferro's Ohr. Ja, es gibt alles. Ferro's Ohr, Alter, Ferro's Ohr, Inget, Aluminium Ohr, dann habe ich noch Tin Ohr, nochmal Tin Ohr. Silber Ohr von Thermal, Galactic Craft Core, Alter. Und so viele Erze und Sachen. Ja, ich habe auch mal ein bisschen Kohle wiederher geschafft. Ach so, warte. Da, hinter dir. Ach, danke. Hier ist ganz viel Stein von dir drin, gell? Ja, genau, das brauchen wir. Brauchen wir alles für Hausbau. Was hast du gesagt, du hast Kohle hergeschafft, ne? Ja. Wo ist die Kohle? In den Dings drin, in den Öfen. Ich habe die in den Öfen schon reingewaucht. Also ich hatte fast zwei Stacks. Ach man, ich, ja, ich gehe jetzt ein bisschen nach Kunde, hey. Ich habe ja einen Wegpunkt für zu Hause, habe genügend Essen. Ich will nicht jede Folge strip, äh, wie geil das einfach aussieht, hier oben. Was? Was, was do you say, my friend? Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Du verstehst es nicht? Also ich habe hier auch noch Uranium. Hey, du denkst nicht so. Ja, das Uranium noch ganz, bis wir dann, äh, umwandeln können. Also im richtiges, so ein großer Schmelzofen reinmachen können. Ja, weißt, was, weißt, was mich hier halt irritiert? Hier gibt es Uranium auch von Atomic Science. Dann gibt es, dann gibt es das Yellow Orid auch von Big Reactors. Also es sind, keine Ahnung, es sind mir zu viele Erze, was es hier gibt. Weißt du, was ich sagen will damit? Yo. No. Ich weiß, wenn du mal so ein, so ein Skelett findest mit einer Lederrüstung, dann denkst du dir so, äh, was ist denn bei dir, weil ich glaube, er hat eine komplette Lederrüstung an. Mining Turtle. Also mir ist eine andere Frage, wie machen wir es eigentlich mit dem Hochladen? Ähm. Tag für Tag oder jeden Tag zwei Stück? Äh, Tag für Tag. Okay. Also beginnst du dann mit morgen oder? Äh, gucken wir mal, wie man es macht. Okay. Oh, weißt du, äh, ich würde ja gerne am Wochenende streamen, aber weißt du, äh, wenn du halt nicht da bist, ist es halt auch kack. Turtle Chest, du kannst schon gerne machen. Ja, aber dann komme ich trotzdem nicht auf unseren Minecraft-Server, weißt du, das ist mein... Ja, ach, so mein Schluss, ja gut, das ist halt auf Turtle Chest Eisen. Ähm, Eisen... Wir sind, ehrlich, wir sind arme Schlucke, wir können uns keine Server leisten. Ja. Ist halt wirklich so, ist ja kein Witz. Ja, das ist tatsächlich so. So, was sehen Sie... Ich hör mich, hau dich mit meinem Steg, Alter. Was sehen Sie hier? Sie sehen hier... Äh, höh, höh, hier ist ein Villager-Zombie bei mir. Lul. Oh, da muss irgendwo in der Nähe ein Villager-Dorf sein. Das ist doch gut, dass ein Villager-Dorf ist. Hä? 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 Der Zombie hat mir einfach gerade Eise getropst. Was ist jetzt falsch? Äh. So, wo... Äh. Äh. Jetzt muss mehr aus der Nase kommen, die haben so riesige Nase. Äh. Äh. I believe I can love the Marvel Stone. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Nee, aber ich fände es damals einfach geil, wo sie dann einfach Marvel mit reingepackt haben. In Minecraft. Ich habe auch ein geiles Stein, also... Marvel, aber muss ich mal überlegen, wie viel das kostet, wenn du das in echt kaufen willst, hey. Was? Marvel. aber das ist extrem steuer das schon das auf jeden fall das stimmt so auf jeden fall habe ich jetzt hier was vorzubauen schon viele macht sich in die küche sonne marmorplatte rein da denke ich mir das geld kann schau für was anderes nutzer das auf jeden fall ja weißt du musst halt immer eins bedenke ich bin allein 10 ich denke dann halt immer ich habe ein villagerdorf guck mal was wir alles umwandeln kann keine will keine villager töten bitte ich glaube alles was geht die pinken an die macht es gibt eh keine wille schon mehr gibt es keine wille schon hier war das einfach eine spinne im haus ich gehe meinen turteln ich gehe doch nicht ich gehe doch nicht ja du wieso geh raus aus unserem haus was 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 für koordinator hast du gerade bitte warte 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 minus minus 364 warte 74 74 und 132 bei z 323 bei z y 66 egal ist ja das höhe du bist 72 meter von mir weg die geruhig alter elf bücher für einen smaragd ja ich denke mir also ja aber lasst den village am leben brauchen wir noch so ich würde ich bin mit den besten kumpels jetzt so mein total haha total os so jetzt geht es wieder ans programmieren ich habe das markt ach scheiße weg shit heavens jetzt muss ich mir ein programm schreiben ach scheiße und wie lange geht noch deine folge die ist eigentlich schon fast vorbei aber ich bleibe jetzt gerade mal hier drin bei wie viel minute bist du denn ich bin bei 30 minuten ja also dann das was wechseln ich bin hier noch am programmieren ich bin hier noch kurz immer schön dich kennen gelernt zu haben warum ich habe kein schwert mehr egal natürlich ich bin vergiftet die gibt es ich sterbe 32 anzubeter oder auch nicht doch da ist da war flüssigkeit beim dorf das nicht rein du stirbst dann und das kleine tipp und das ist wieder ich habe eine andere dimension gefunden nice nice chance to enter yep just hmm 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 weg weg was habe ich zu dir erklärt geben bleibt da unten in deinem wasser wie kann ich jetzt ries bin lu craft dance cool cool ich kann dance machen wow refuel time tunnel move äh lass es aber jetzt nicht zu lange folge bei dir werden ja alles gut ich bin jetzt in unserem haus voll vorbeigelaufen ja gut ähm dann sagen wir einfach mal so ich beende jetzt hier meine folge ähm ich versuche hier ein bisschen am programming wenn ich da was hab dann werde ich es mit rein machen und dann sind wir das also ich wünsche euch was haut rein tschüssi kowski bis bald ade wie denn ab ihr die viel die ich eben